Ja Kai, jetzt sollen wir die Leute überzeugen, warum sollen sie zur CCW kommen? Ja, weil die CCW die Leit- und stärkste Einkaufsmesse für die Kreuzleiterindustrie ist und jeder Entscheider aus der Branche einfach hier sein muss. Ja und der Kongress ist natürlich noch das i-Tüpfelchen obendrauf, da gibt es die neuesten Trends, alles was relevant ist, um das Geschäft am Leben zu erhalten. Wir freuen uns drauf, Sie zu sehen, oder? Ja, kommen Sie nächstes Jahr zur CCW. , Biene wurde die Beagnose seit Berichten online moisge AMD Summit und ja, wie das Lloyd oder Werner Schropp-Ger Schule das registered mit? Werde wollte ich Berlin Media im Hintergrund auf Because Südstraa Scriptures und in unser Downschlade sagen, was bezity younger Graef nicht ordentlich würde denen ich schon erwarte, was darf ich nur dranbleiben mit einer Zeitung abusiviert.